Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem Lucky Block Spiral Dropper, der ganz nach unten geht es heute. Und auf dem Weg müssen wir insgesamt 40 verschiedene Lucky Blöcke öffnen. Und Elina wird mit niemand geringerem ausgerüstet als dem allerbesten Lucky Block aller Zeiten, den Shade Lucky Block. Uh, wie cool! Aber geil! Oh, Revegee! Spaß auf kein Wasser, da ist raus. Nein. Ich muss leider sagen, ich habe vergessen, die Farbe zu tauschen. Du bist jetzt Team Blau, ist ja mal so. Naja, egal. Ich bin Team Rot und ich habe als Herausforderer den Sakura Lucky Block. Er ist vielversprechend, also gucken wir mal. Wir nehmen unsere Stadtausrüstung raus. Wer als, na am Ende des Droppers, also am Ende des Videos, gibt es natürlich ein episches PvP-Battle, um den stärkeren Lucky Block zu bestimmen, das ist klar. Aber es gibt auch noch eine kleine Überraschung, aber das ist dazu später. Elina, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Es geht schon mal los. Sakura Armor Destroyer, damit können wir die gesamte Rüstung mit Korrosion instant kaputt machen. Zack. Oh! Ah, das war ich. Wie lange habe ich denn das? Eine Minute dreißig. Ne, da kam Blitze, Elina. Aber es kam kein Drop. Ich dachte, ich kriege was OP-mäßiges. Da wurdest du halt geprägt. Aber es war Quatsch. Kam gar nichts raus. Hier. Wir haben den Matrix. Masher. Nichts Masher. Masher. Wurde gefunden von Banks. Hat 2,1 Milliarden Schaden, Elina. Und sieht auch unabhängig davon extrem gefährlich aus. Aber ich habe da aus zwei, drei Blöcken gerade nichts rausbekommen. Ich hoffe mal, dass das jetzt sich hier nicht bestätigt. Dämonenhell. Sieht wohl relativ unspektakulär. Das muss ich ehrlich sagen. Gibt es aber unzerstörbar und ist auch regelkonform. Also wir kriegen nicht so viele Rüstungspunkte. Das heißt, den können wir benutzen. Gibt uns Antidot 3. Ich glaube, das ist Trankschutz, wenn ich jetzt nicht doof bin. Was ist los hier? Ja, nee. Ich habe hier nur so einen Dropper gerade mitgemacht. Und ich hatte Angst. Da war was. Ich habe es. Ultimative Boots-Verzauberung mit Schutz 4. Booty. Den nehmen wir mit, den Amboss. Nice. Können wir für später. Wenn wir mal Schuhe haben, können wir den benutzen. Aber Elina macht hier schon wieder ein Tempo vor. Junge Elina, ey. Bakura Stärke Potion. 780 Prozent, Elina. Die werden reinschallern. Sigma Block mit Sigma Gems. Kann ich mir die Sigma Rüstung, denke ich mal. Hä, ich habe aber auch Sigma Block. Oh, es hat ge... Warte mal. Ach so, nee, nur Köpfe. Die kann ja gar keiner. Die kann ja keiner. Ey, das ist nochmal eine Verzauberung gewesen. Ultimative Boots-Verzauberung. Das habe ich doch schon. Hast du euch denn damit doppelt? Oh, ähm. Okay. Matrix Hammer. Yo, ich habe die drei Giants da gerade gesehen. Aber die schillen jetzt da unten noch. Die haben Sachen gedroppt. Ey, ich habe Schuhe. Jetzt kann ich ja die Ultimative... Die haben schon perfekte Verzauberung. Was soll ich denn damit? Schärfe 6. Boah, das war auch nicht schlecht eigentlich. Für Verbrennung. Geht mal... Ach, wobei... Wozu, Leute? Brauchen wir doch nicht. So jetzt hier Dropper oder was? Äh. Checkpoint. Okay, weiter geht's. Schmaragde. Schmaragde, Kiste. Ben, musst du mir was sagen? Ja, der kam TNT vom Himmel geflogen, ey. Oh, geil. Ich habe einen Phantasia-Luckyblock bekommen, den Spiral-Luckyblock und einen Rainbow-Luckyblock und ein paar normale. Ich bin... Oh nein, ich bin blöd. Ich bin blöd, ich muss nochmal runterspringen. Ah, es gibt ja einen Checkpoint, ich bin gar nicht so weit weg. Äh, wo muss ich denn jetzt hier runter her? Hier. Immer schön ins Wasser springen. Wenn wir den killen... Warte mal, wo ist denn meiner? Verdammt. Oh, nein! Oh, jetzt ist der runtergefallen. Ich dachte, ich kann den killen und seinen Loot kriegen, seine Waffen, seine Rüstung. Was ist los, Elina? Ultimate Changes, man. Das muss kurz vor Ende bei dir auch gewesen sein. Wie kann man denn so viel Lack haben? Ja, wir haben ja auch schon wieder. Kurz vor Ende. Ich bin hier... Ich bin hier... Oh, Benderchess. Was bringt mir das denn? Bringt mir gar nichts, Alter. Oh, big, 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 big. Sacklura-Clunky-Kettensäge. Clunky-Bunky. Alter! Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das... Es hat halt weniger Schaden, aber hat halt mehr Style. Ich glaube, ich habe einen Jetpack. Ja, ich habe einen Jetpack. Shader-Jackpack? Was ist das denn? Ein Jackpack? Äh... Bitte Rüstung. Oh, eine Matrix-Gun. Ich hasse dich so sehr. Ich hatte gerade eben einen Magic-Kick, Alter. Tja. Und dann kommst du um die Ecke. Dann kick dich doch mal selbst. Ich habe eine Matrix-Brustplatte. 0, 1, 1, 0. Den Code müssen wir lösen. Warte, das ist binär. Wir gucken, was da steht. Ich übersetze das, Leute. Lina, du Arschgeig. Ich bin gerade am Handy, um hier Binär-Code-Übersetzer zu googeln. So. 0, 1. 1, 0, 1. Woran sind es viele 0? 0, ne? 9. Dann haben wir die 10. Dann haben wir die 1.111. Dann haben wir 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, also ich habe das jetzt übersetzt. Der sagt mir, das heißt, hä? Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob der Aufwand sich jetzt gelohnt hat. Ich denke, dass er ehrlich gesagt Muzani da einfach random dahin geschrieben hat. Aber es hätte sein können, dass er da was reingeschrieben hat. Das ist ja nicht unwahrscheinlich. Wobei, ich glaube, das ist ein Lucky Block. Das kann sogar hinhauen. Warte mal, das ist safe eine andere Sprache. Da stand nämlich auch nicht original. Hä? Da stand so ein anderer Buchstabe, der so ähnlich aussieht. Das ist safe irgendwie jemand aus ... Ich habe das doch gesehen. Aus Singapur oder irgendwie so. Weiß ich jetzt auch nicht haargenau. Aber irgendwie aus der Ecke. Und wahrscheinlich heißt das in der Sprache irgendwie Hallo oder so. Ist jetzt viel geraten, aber irgendwie so glaube ich das. Warte mal, ich habe doch noch einen Rainbow Block. Zack. Äh. Nee, das wollen wir nicht, Alter. Das ist alles Müll. Rainbow. Nee, das hat mein Lucky Block gelöscht. Kann das nicht mehr. Nein. Hätte ich es doch mal unten gemacht. Eigentlich ist mir das egal. Loll. Ich muss den Ticker-Button. Jetzt. Easy. Zack. So, Lucky Block. Oh, die sind schon fast am Ende, Ben. Nur Müll. Oh, oh, oh. Die letzten Blöcke greife ich hier gerade ab. Bist du schon da in ... Oh. Adblock brauche ich auch nicht. Zack. Eine Axt. Zack, ich bin auch bei den letzten. Oh mein Gott, die war auch viel wert. Ich habe was Bigges bekommen. Ich auch. Dämonik Material nochmal. Hm. Holz brauche ich jetzt nicht. XP. Ich bin gleich tot. Ich darf auf keinen Fall sterben. Ich bin kurz essen. Ja, Lina gewinnt das. Die ist vor mir. Die war aber auch die ganze Zeit vor mir. Ich bin hier vorig. Der zählt noch. Nichts rausbekommen. Verdammt. Schade. Darf ich die noch öffnen in meinem Inventar? Ja, ne? Sind aber eh nur gelbe, da wird eh nichts rauskommen. Und ihr Ben. Super OP-Ketten. Sehr gespaß kam nichts raus. Ah, Lina, jetzt hast du natürlich Glück, ne? Weil jetzt kommt die über ... Warte mal. Das ist aber Dämonik. Du kannst jetzt einen Tesla gewinnen, Lina. Ja, du kannst jetzt einen Tesla gewinnen, Lina. Nicht in die Kiste gucken, hallo. Du hast wirklich einen Jetpack. Ja, sag ich doch. Ich mache random, weil es ist wichtig. Nicht, dass du hier sagst, dass ich das extra irgendwie gemacht habe. Okay, du darfst jetzt dreimal den Hebel betätigen und bekommst das, was da rauskommt, geschenkt. Warte. Okay, okay, okay. Drück den ... Warte. Zuerst müssen die Zuschauer mal den Like-Button drücken, nämlich. Sonst passiert dir gar nichts, Leute. Habt ihr alle geliked? Okay. Ich glaube ja. Ich habe da was gespürt in meinem linken Zeh. Okay, drück mal. Okay. Okay, eins. Okay, gut, ja, Fußverzorgung und Scheiß drauf. Sie darf nicht die Matrix, den Matrix-Hammer kriegen. Das wäre fataler Mente. Zwei. Bitte der Hammer. Warte, 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 warte. Bitte der Hammer. Oh, der ist gar nicht drin. Hehe, kannst du die gar nicht kriegen. Oh Mann, jetzt hast du ja schon die Surprise rausgenommen. Aber du hättest die Monik-Material rauskriegen können. Hä, aber wo ist denn der Hammer? Ach, der ist neben dem Trichter hier. Ah, hehe. Lass mal deine Finger vor meinem Kram. Wollt nur kurz gucken. Hey, du hast da was gemacht. Ich habe es gesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Und ich habe mir Schuhe angezogen. Echt nö, ist da so aus... Hey, du klaust doch da Sachen. Ach so, nee, das geht ja so. Warte, der wird ja selbst rausgeklaut. Ja, ich war etwas verwirrter Mentes. Oh, ich habe das Ultimate Shake. Aber nicht die verbotenen Sachen benutzen. Ich sage was. Nö. Oh, Alter. Ich kann mir aus diesen Dämonik-Materialien... Ich habe es gerade gesehen. Kann ich mir entscheiden. Das brauchen wir zwar nicht, aber ich crafte es, weil es einfach so geil aussieht. Junge. 3D. Selbst viele powerhafte, also starke Dämonen können dieses Schwert nicht tragen. So, wir machen außerdem eine Brustplatte und Schuhe. So. Ja, da kann ich den Schuhen ja die ver... Brauchen wir nicht. Ist zerstörbar. Können wir also alles benutzen? Ist einfach alles an? Ist alles zerstörbar? Ne, das ist unzerstörbar. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ob das erlaubt ist. Ja, ist aber erlaubt. Alles gut. So, dann nehmen wir dazu einfach die Brustplatte. Jetzt haben wir hier die Matrix noch als Backup. Ich mache mal noch ein bisschen DIA-Rüstung als Backup. Vielleicht einfach ein fulles Set mal. Ich meine, ob ich hier als DIA-Rüstung habe oder nicht. Das würde jetzt auch nicht so einen Unterschied machen bei den Waffen, glaube ich mal. Okay, jetzt haben wir hier... Das ist eine wichtige Potion. Das ist eine wichtige Potion. Das sind meine Knarren. Das ist noch wichtig. Das kann weg. Das kann weg. Das kann alles weg. Ah, warte mal. Wir haben ja noch das Sigma-Jam. Okay, das ist eigentlich eine Shade-Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich die rausbekommen habe. Ja, voll komisch. Das hatte ich auch gerne am Anfang. Und dann auf einmal sagst du, ich habe das Sigma-Jam. Und ich so, hä? So, ich bin ready, Elina. Das ist noch meins. Ich brauche noch ein bisschen. Okay, Elina. Sigma-Burstplatte etwa, Rüstung? Ja. Da wird direkt was Shade-Dinge gegessen, halt. Ja, ja, war noch nicht ganz full. Oh, ich kann das aber. Ha, ha, ha. Ja, okay, okay. Ich bin ready. Ich auch. Let's go. Hab ich getroffen? Du hast getroffen, Mama. Das hat mir nichts was gemacht. Ja, das ist ein Korrosions-Ding. Als solltest du deine Rüstung weg. Oh, die ist weg. Du hast jetzt Shade, Alter. Du hast jetzt diese Shade, diese... Ja, ich gehe dir jetzt aus den Weg, du hast so eine hässliche Shade-Karotte gefressen, Alter. Du bist ja unsterblich. Das ist ein Appel. Ach so. War ein Appel nur. Ich halte dich auf Distanz mit der Matrix-Gun. Die macht mir gar nichts aus. Ich glaube, ich habe auch richtig viel Reach. Du verbaust meine ganze Rüstung jetzt. Das ist richtig illegal. Was heißt illegal? Ja, ich will wenigstens deine Rüstung noch kaputt machen. Ah, die eine von vielen. Ja, so viel Shade hast du safe nicht. Ey, du hast Reach. Richtig viel. Egal, ich habe auch Reach. Es ist so schwer, damit zu treffen. Ah, du bist gelähmt, wenn ich treffe, ne? Ne, ich befähige mich nur nicht. Ach so. Schade. Ich glaube, ich nehme das Schwert hier. Vielleicht ist das besser. Knack, 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 klack, 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 Elina. Kennst du den Sound noch? Klack, die Klack. Da hat er dir die große Klappe. Scheiße. Dämonen-Schwert, bring mir Glück. Oh, aua, aua, aua. Also meine Rüstung hält ist gut, aber ich kann nicht fliegen. Oh, da ist was kaputt geklackert. Nein, der ist runtergefallen. Warte. Nein. Kann ich fliegen? Nee. Doch, ich kann fliegen. Er kommt wieder. Ja, ich fliege nicht hoch, oder? Doch. Und ich regeneriere schneller, als ich Schaden kriege. Oh, illegal. Haha. Flieg nach oben. Los. Aus dem Void raus. Guck mal, wie lange bin ich denn im Void gefangen? Wo beginnt denn das Void? Ach, der sehe ich. Da sehe ich. Ich sehe den Zugang, Leute. Er kommt näher. Aber das versaut mir halt die ganze Rüstung hier. Kann ich das sagen? Lässt du meinen Schuh kaputt? Man fliegt aber auch langsam. Das ist ja hier Entengang. Und wir sind durch. Kein Void mehr. Genug gevoided für heute, ne? So, jetzt Sniper Ben. So, eine Überraschung. Sniper? Ah, da kann er nichts anfangen. Niemals. Oh, ich habe Ray. Alter, ich gebe dir so dicke Kombos da, ne? Nein. Ja, 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 ja. Y-Apfel. Du hast nicht mal Rüstung gehabt. Habe ich Rüstung? Ja. Warte mal, da ist die erlaubt. Oh mein Gott, ich habe ja noch Shade-Rüstung. Ich habe ja noch Shade-Rüstung. Ich habe ja noch Shade-Rüstung. Jetzt bist du K.O. Na, solange ich fliegen kann, ist mir das egal. Ich kann fliegen. Lina, niemals hast du eine Chance. Dazu müsstest du nämlich meine Matrix-Brustplatte kaputt. Ja, die Matrix-Brustplatte musste weichen. Jetzt bin ich, glaube ich, aber One-Shot. Ich muss ein bisschen mit Matrix-Gun. Das habe ich keine Chance, glaube ich. Oh, oh, oh. Wie, jetzt kriegst du wirklich einen Hit. Ich bin Bonschock. Oh nein. Oh. Meine Waffe ist halt nicht so stark. Ich nehme mal die Schaufel. Ich nehme die Schaufel. Die hat mehr Damage. Oh, die Schaufel. Oh, warte. Du hast ja noch ein Leben. Ich kämpfe mit einer Schaufel. Matrix-Hammer. Oh, kaputt geklackert. Oh. Viel Schaden macht einen, du Dings. Junge, deine Brustplatte geht auch nicht kaputt, ne? 900.000. Das ist nicht so viel. Ich habe nicht so viel. Hä, aber wie viel Schaden? Gib mir deine Schade oder deine Schade-Bustplatte sehen. Zeig mir die. Meine Schade. Ganz ehrlich. Aber nicht die hässliche Schaufel. Ich glaube, die geht nicht kaputt, obwohl ich mir eine gegeben habe. Die Schuhe gehen kaputt, aber diese gehen, glaube ich, nicht kaputt. Natürlich geht die kaputt. Bist du blöde. Hälfte kaputt. Echt? Hälfte erst. Hätte ich ja noch ewig gegen dich kämpfen müssen. Ja, Shade ist halt doch am Ende des Tages der unangefochtene Meister, ne? Die Haltbarkeit 80.000. Da kannst du nicht mithalten. Oha, die sieht voll krass aus. Wenn ich die an habe, habe ich mir gar nicht aufgefallen. Ich brenne. Du brennst für Shade, ne? Ja, Mann. Ich habe gewonnen, möchte ich mal so erwähnen. Unentschieden. Ich hoffe, euch hat das Unentschieden gefallen. Lasst eine positive Unentschieden-Bewertung da. Und ihr könnt Unentschieden auch abonnieren. Das wäre super gut. Und dann sehen wir uns morgen bei einem weiteren Unentschieden. Für die drei Millionen. Bis dann, euer Benson. Tschau. Tschüssi.